rumtrollen. You know? Achso, wir haben Plätze eh schon gerufen. Stimmt, vor so einer Stunde. Isa, wie geht's dir? So, wir spielen halt weiter Assassin's Creed. Wir sind eigentlich nur dabei, so in Essex momentan relativ viel Loot zu machen, Sachen einzusammeln. Die, die sich benehmen, hauen eh keine Bid raus. Außer Daniel. Daniel, das ist schon mal gut. Ja, ja, ach, sicherlich. Aber man könnte ja... Ich habe kurz überlegt, zu sagen, man könnte ja an die Vernunft der Menschen zu appellieren. Dann habe ich kurz darüber nachgedacht. Ich werde nicht nur den Streams mehr, weil ich Angst habe, zu werden DMCA strikt. So, sie sind weg. Forever. Von diesem Channel. Unfortunately. oh yeah i invest too much time and laugh into this channel and before i get dmca striked i just kinda refuse to play it emily streamed when i know den content den niedersehen möchte weiß ich nicht wann ist das eigentlich anders spielen hier ist mir neben hauen jaja ganz okay ich hab irgendwie Corona-Blues werden nicht Corona-Blues oh das sieht ja hübsch aus erstmal so mit dem Kopf voll dagegen laufen ah ja da komm ich rein die Frau hat mich die ganze Zeit abgelenkt wo ist das Feuer hier oh wisst ihr ach stimmt wisst ihr was mir gerade aufgefallen ist als ich hier in meinem Inventar rumwirken Moment Maiser was hast du denn was hier spontan Lust haben weiß ich auch nicht ich kann das hier upgraden daran hab ich gedacht so wir graden das jetzt ab fertig da haben wir ganze 6 Rationen dann haben wir ganze 6 Rationen onlyfans win mein Arbeitskollege gestern nen Scherz gemacht mit dann haben wir irgendwie in den Teams Call mit meinem ganzen Team und haben die Westcam angemacht und er konnte mich nicht mehr sehen dann meinte er so aber ich glaub mein Onlyfans hat es auch gelacht so ein bisschen lachen dabei war schon ein sehr guter Job meine Schwester hat mir verboten Onlyfans zu machen tatsächlich jetzt muss ich hier noch A drücken um hier rauszukommen naja bist du witzig es war ein wenig witzig ich meinte A also ich kann machen was ich mir mein Körper möchte war sie sich glaub ich unsicher ob ich jetzt doch nen Onlyfans Account habe oder nicht hallo ich muss hier leider rein Jungs als ich vor 4 Jahren hier angefangen habe hab ich mal ne deutsche Streamerin ja warte ich muss mal eben und Jungs hier blocken äh die deutsche Streamer die auch irgendwann dann aus dem Blick war und jetzt vor 2 Wochen festgestellt hat ein Onlyfans Account lauter müde zu match das ist mir auch nur interessant wie sich Leute ja ach warum auch nicht ne keine Ahnung irgendwo muss ich auch ehrlich gestehen es wird mich tatsächlich nicht überraschen wenn ich eben ein Onlyfans Account hätte so ich weiß nicht wie I don't know keine Ahnung also so heißen ich hätte auch kein Problem damit einfach ein Onlyfans so ein cool aber ich hätte das gesehen ja noch nicht ah ich hätte das gesehen Dass der Mensch einfach neigt, solche Begriffe negativ zu nennen, selbst wenn du es nicht negativ meintest in dem Moment, Franco. Aber wir haben einen Key. Nice Gear! Ja, ja, hat deinem Kollegen auch nicht gerechnet. Muss ich die Jungs zu mir ziehen, damit die quasi... Ich hab den Move die ganze Zeit falsch gemacht! Das ist einfach ein... ein Hauptungsskill! Ich find's auch anders, dass die Leute so viele Wege einstellen. Auf jeden Fall! Es ist super spannend, einfach, was die Leute machen. Er hat viel zu viel Spaß gerade an diesem Move. Wo ist der Kopf jetzt? Der liegt, glaub ich, hier oben irgendwo. Weiß ich nicht. Weg! Zeit, Geld zu sein! Hey, ich meine, ich könnte mir... Ich glaube, ich hätte kein Problem mehr mit einem OnlyFans Account zu machen. So. Basically. Aber das heißt nicht, dass ich ein OnlyFans Account machen werde. Ja? Ja, ach, es wird... es wird ja sowieso viel... ein Fehler... Also, ne? Vieles wird ja einfach negativ interpretiert. Was einfach sad ist. So. Hm. Wie schnell kann ich lupen, bevor ich Feuer fange? Ich mein, mein Fuß brennt schon ein bisschen, aber... Ja. Ja. Ich find's ja nicht automatisch... Nee, das stimmt ja. Von mir kriegst du nur an, wenn ich eh darüber gesprochen, dass ich eh nur Fuß-Content mache. Ich seh hier einfach nichts. Mach die... mach Licht an. Danke, Ewa. Oder Vögel-Content. Yes. Mach immer ich die Fackel jetzt schon geschlüsseln habe wieder. Hallo. Hier war doch irgendwo ein Schlüssel, oder? Ja. Kann ich auch diesen Move mit dir machen? Nee, du hast... Okay, du bist ein bisschen geschützter. Sehr. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich brenne. Hast du Ammo's wohl? Leute, ich glaub meine Ammo's wohl. Wo sind die denn? Oh, ist hier der Schlüssel? Hi. Oh ne, das sind Wölfe. Komm, wir holen die Wölfe nicht raus. Ist das hier in dem Gebäude? Kann man die einfach durch? Oh mein Gott, man darf hier durch. Ich habe nämlich einen Schlüssel. Oh mein Gott. Achtung, Achtung. Ich darf in ein Haus rein, weil ich einen Schlüssel gefunden habe. Ich stehe da nicht das erste Mal einfach nur doof vor dem Binnen so. Ah, war auch wieder was. Da ist noch ein Schlüssel. Jetzt habe ich drei Schlüssel und eine Tür gehabt. Leider. Spoiler lohnt sich. Heute musst du am besten in einem Satz alles mittendrin. Ja, oder einfach wie diese eine Rasse bei Mass Effect, die immer sagt so, mit Bedauern. Die quasi ihre Emotionen, weil die so monoton reden, aussprechen müssen. Natürlich ist der eine Key, den ich gerade gefunden habe, der hier noch offen ist, der Key, den ich brauche. So. Wahrscheinlich brauche ich jetzt hierfür einen Key. Nur da gehe ich einfach rein. So. 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 Warte, wissen, ob ich den Goliath auch köpfen könnte. Absolut. Ich konnte rede schon mal. Ops. Für mich habe ich jetzt echt schlecht mit ihm angestellt. Also wirklich schlecht. Haben wir alle anderen genannten Punkte hier? Sieht gut aus. Sorry, Leute. Einfach mal klebsch, wann Esa brennt hochladen. Boom. Hä, Leute, wollte ich schon mal sehen, wie heiß ich eigentlich bin. There you go. zeit bei mir so ein bisschen wenn wir dann gibt es aber ich habe mir noch nicht entschieden welche ich könnte auch mal wieder ananas zu essen so ist das oh mein gott der letzte idee wir hatten hier hin hallo ananas das ist ein kohlen blüht ananas stay quiet i'm here to free you i cannot walk ganz auch einfach laut gehen ich habe ja loben they were not gentle with me then i will carry you who are you who risked so much to save me a friend of a lurches is he alright the poor boy not your brother someone else wishes to a kindle of a friendship kommt er dann hin ananas pizza ja hat er auch mal wieder back aber oder es gibt aber auch so eine geile pizza mit frischen rucola schinken und tomaten die ist auch sehr geil was ist wohin mit ihr bis wohin muss ich dich tragen ach du scheiße wir machen kurz einen kurzen exkurs ich setze dich aber eben schon mal auf das pferd ab okay so hier es ist auch ganz gemütlich für dich einfach nur auf dem oh sie froden einfach so hier so ähm du bleibst da mal ganz kurz ja auf dem pferd und ich geh mal kurz hike ups ich hab mich kurz erschrocken dass ich in die wacht reingelaufen bin sorry kann man hier durch imagine man könnte durch so zelt wände die so nur so schweben ich hab einen coolen trick auf lager guck mal oh kann nicht gereicht wir müssen mehr in ability damage rein skillen leute das ist jetzt top rio ability damage damit ich einfach alles kopfen kann das ist viel zu witzig ich weiß nicht wieso ich finde die animation einfach gut gemacht das ist natürlich super brutal was hier streamings also wenn man das richtig ausführt ist das eine richtig gute ähm richtig gute übung für den rücken ich will immer noch flamm gucken und das nenne ich dann nackenschelle das ist wirklich nackenschelle moine lümmel hallelchen ente schon bist du da was das geht pizza palmer ist einfach mega oh ja ja also wenn ich einen ordentlich für ins seite machen würde würde ich Bilder von jeder art von lüftern machen das ist ja auch geil das ist ja auch so richtig und dann so richtig rot also so richtig aber so aber es müssten so richtig high quality Bilder von Fans sein dann mhm das wäre auch eine Idee Pizza mit Salat drauf das ist super lecker das ist super lecker wir haben ja einen Lüfterfetisch oder Pizza mit Gamba das könnte ich auch mal wieder essen am nächsten würde ich halb halb machen so einmal Pizza Gamba und die andere Hälfte einfach Pizza irgendwas das wäre cool wenn das gehen würde ich muss mir die Nase putzen lasst und die die ihr das w w auf w Die Milchsopse zu breiten meine will. Beating a boy after death für Stealing Bread. Ich werde es nicht getan haben. Growling bellies mean nichts zu diesen Peyswords. Elirich, Peam, oder Mind of the World. Es ist krumm und krumm für diejenigen, die sich nicht standen für sich selbst stehen. Alvira, können wir in private sprechen? Er ist ein guter Junge. Aber ohne Vater, er hat sich nicht mehr als ich erwähnt. Trönt. Wenn es damit irgendwas geht, immer das stimmt. Ich habe mein Bruder zu fend für. Ich kann nicht ein Leben, Mooning. Er ist vor allem von dir, Alveda. Und mit seiner Frau, Estred, zurück zu Francia, er hat mich zu finden. Wie es funktioniert zwischen mir und ihm? Ich bin eine Frau. Ich bin immer. Aber der Alderman... Oh Gott, help me! Ich gebe ihn, wie ich nicht. Oh, bless. Er wird kommen, wenn Sie kommen. Easy peasy. So geht Liebe, Leute. Ganz easy. Mein... My Appleblossom girl. Is it really you? It is. Though crows have left their footfalls around my eyes. They still shine brightly. As when we were children. Has Eivor told you all? Aye, she has. And do you accept me, love? Warum soll ich denn jetzt für sie antworten oder in den Bruder forschen? Hä, was? Warum mische ich mich hier gerade ein? Und das junge Mann ist Elevich, all of it als Bruder. Hallo, Ihre ... Ihre ... Worshipfulness? Ich bin Bierstadt, nichts mehr oder weniger. Und Sie sind ein guter Mann, von ... wie alt? 19 Sommers. Er ist all die Familie, Bierstin. Wenn ich mich bleiben, Sie müssen uns beide in Ihr Herz bringen. Wir haben eine halbe von uns, Bierstin. Ich werde wieder mit dem anderen. Das bedeutet, dass wir in Malden sind? Du bist, mein Junge, um mit mir zu leben, in Colchester. Vielleicht kann ich Ihnen die Freude der Hunde zeigen. Bevor du gehst, Elevich, würde ich eine lange, langwelle Gehreise über die Läge empfehlen. Hä? Schnappig ... ach so, oh. Ah. Oh. Ah, ich verstehe. Knatter-Time! Hallo! Silly Ars. She has not changed at all. Her soft features, her earthy strength. She will make a good wife. Barbie! Allah, wie geht's Ihnen, mein Guter? Schön, dass du vorbeischaust. Das ist Knatter-Time, ja, ja, ja. Wäre ich jetzt wohl auch gerafft, ne? So. Ähm. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt den gelben Punkt, dann gehen wir zurück in die Stadt. Weil, ich denke ... Also, wobei, das könnte noch ein Raid sein, den wir einfach so selber in die Wege leiten müssen. Aber vielleicht gibt es hier eben nochmal eine Aufgabe, die wir machen müssen oder so. Also irgendwie, dass die Quest dahin führt. Wir gucken jetzt erst mal, dass wir ein bisschen mehr die Quests, äh, die Geschichte spielen, bevor wir jetzt wieder rumlaufen. Und wir haben gesagt, wir gehen jetzt definitiv mehr auf Ability-Damage, ne? Critical Chance. Wobei, Critical Chance ist auch okay. Wie sieht denn Ability-Damage überhaupt nochmal aus? Auto-Loot? War das die Ability-Damage? Ja. Ähm. Es wäre actually richtig cool, wenn man einfach so bestimmte Sachen finden könnte. Also so ein bisschen das sortieren könnte nach, ich suche gerade Ability-Damage. Wo sind die ganzen Dinger? Oh, guck mal, hier zum Beispiel ist einer noch. Ich bin nicht bestimmt hier und da noch ein paar Ability-Damage-Dinger, die wir noch offen haben. Critical Chance. Assassination-Damage. Shield. Brauchen wir nicht. Hm, ganz okay, habe ich lange gepennt. Habe jetzt Müll rausgebracht, Spielmaschine ausgebaut, ein paar Sachen in die Absteckkammer gepackt, erst mal Mittagessen, Nachputzen. Oh, was seid ihr alle so fleißig? Macht mir ein richtig schlechtes Gewissen, dass ich hier einfach nur sitze und zocke. Zocke einfach nur. Mega fleißig, Fabi. Hei, hei, hei. Richtig gut. Ähm, jetzt erst mal, ja. Und bei dir alles tut, aber bei mir ist auch alles. Ich habe super entspannt geschlafen und spiele einfach nur. Offensichtlich. Bei eigener Hausrat. Okay, die neue Challenge von Vergeltung war dafür übel zur Kommunikation. Hm. So, wenn ihr, was, genau das will ich gerade auch wissen. Was war das nochmal? Stun ist auch okay zu machen. Ähm. Ich gucke gerade halt noch so ein bisschen, wo hier Ability Damage überall ist, ob ich das irgendwo verpasst habe. Hier ist noch Ability Damage. Da ist auch noch Ability Damage. Wir müssen mal, glaube ich, hier runter einfach. Was ist das? Ach, wir könnten die Change. Ja, komm, machen wir das. Einfach, dann gehen wir hier rein. Und dann können wir nämlich hier die Spiritual Change machen. Und dann können wir hier gleich runter gehen. Oder später. Und ich werde ziemlich mal zum Mittagsschlaf in der Haia. Mein Gott. Danko, ey. Ein Wunder, schon eine gute Nacht wünsche ich dir. Viel Spaß. Schön, dass du da warst. Ich finde, mein Guter. Mein eigener Haushalt. Ja, true. Ja, wobei, also... Ich schaffe nicht mehr, dass mein Haushalt innerhalb eines Raums auf Taco zu halten. Das sieht jedes Mal richtig kacke aus, was ich hier mache. Oh, hätte ich eigentlich vom Pferd einfach da rauf springen können? Ja, es funktioniert. Crazy. Man muss hier schon über diverse Dinge springen, wenn man einfach das Pferd hinstellen kann. Und einfach sagen kann, plupp, fertig. Das hat jetzt überraschend sehr gut funktioniert. Ich packe mich mal eben hier und dann kommen wir auch noch ganz schön. Ähm... Happy Streaming, da gewöhn ich mich dran. Gerne, meine Göttin, danke schön. Oh mein Gott. Sehr, ja. Gerne. Gerne. Ähm, gute Nacht, Franco. Welche war das? Müsste ich gerade auch mal wissen. Also ich weiß, dass ich jetzt alles durchhabe und ich habe alles mit... Ähm... Mit Randoms gemacht. Also die ganzen neuen Challenges habe ich alle mit Randoms gemacht und habe das alles gemacht. Ich habe letztens auch... Jetzt die Tage auch, äh... Bei Overwatch... Legendär mit allen Heroes gemacht. Also nicht das Standard-Legendäre, aber... Das ist normale Heroes und das ist auch alles durchgrafen. Oh mein Gott. Xbox. Hallo. Was ist das? 3FPS? Ah. Ich muss ja noch für die neue Skins spielen. Ja, das habe ich halt... Das habe ich gemacht. Tatsächlich Schuhen. So. Wir gehen jetzt erstmal jemanden ansehen. Und zwar das hier. Natürlich ist sie hier. Nice. Ups! Das ist aber, aber Muuul. Ja, mach das doch jetzt! Hopp! Diese Hidden Ones, ist das, die du schläfst für? Ich schläf für niemanden. Ich schraubf Englund weg von ihrer Filz, für die Sicherheit von meinen Leuten. Ah, hör mal. Du hörst? Die Excuses der MIND ENSLAVED? Aha! Mach das jetzt, Volli! Richtig! Tschüss, Jungs! Sie hat aber auch keinen Hinweis auf irgendjemanden anderen, oder? Oh, vielleicht auch hier. Ähm... M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Ich glaube, am Ende des Spiels müssen wir so richtig viele Sachen noch absuchen. Hm? Weil ich einfach... There you are, Eivor! Over here! Why are you hiding? Weil ich mir in zwei Waffen draußen hab. No! 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 Jetzt haben wir uns alle wieder entspannt, weil ich immer nur umgebracht habe. Gut, dann kann ich jetzt auch nicht mit ihr reden. Ich muss mich ehrlich erst mal nackig machen. Das sagst du jetzt nicht schon seit drei Stunden? Schaden halt andere Gegner. Ach so. Ja, man muss es schon definitiv ein bisschen koordinierter machen, das stimmt. Und der Great Lamma's kidnap. Ist das ein christianes Feast? Ja. Es ist eine wunderschöne Abend. Eine blessing von der Harvest. Full of fruits and fires. Drinking and dancing. Revellers mit muddy mines und glazed eyes. Das ist gut für uns. Und was von der船 wird dir nach Hause? Ich weiß nur den Tag. Und der Kapitän ist voll von fire. Komm. Ich bringe dich zu ihm. Die Dane tried to kidnap the Lady Astrid. Did you hear the Dane tried to kiss the Lady Astrid? He's happy. Not much more than a boy in his 17th year full of youthful bravado. The Saxon. A Dane, though Adrid calls you Raiders, he says that you are here to steal England. Some may be, but I have come to settle a stretch of land. I'm not so keen to return to the winters of my birth in Norway. So ungern in deines Streams. Aber duschen dauert doch auch noch 5 Minuten. Ich muss aber das Essen desgleichen. Guten Hunger, Young. Oh mein Gott, wenn die mich jetzt in dieses Gebäude reinheimert, wo ich nicht reinkomme. Das sieht nicht das aus, wo der Schatz-Trainer ist, da drüben. Oh mein Gott. Just a poor Christian brother with nothing left to give. Someone's at the door, Rollo. Oh, is it that hun I asked for? Estrid sent me. Did she now? As a parting gift for the man who rattled her bones, huh? No, I'm here to collect you. Can it wait? Oi! Bring out the one they call Rollo. The King's men want to ask him a few questions. No, 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 no! Boah, wieso hat er eine Hose an? Er sagt, warum zieht er denn noch eine Hose an? Ich seh grad nichts. Protect me. Hallo? Ich weiß grad nicht, was hier ab. Ich seh halt nichts. Jetzt hab ich anscheinend schon wieder einen Zivilisten getötet. Hä? Ich raff hier nichts. Habst du die alle da noch so? Hier, du kannst mit mir saufen. Kann ich hier noch Orlog anfangen zu spielen oder was? Okay, du kannst mit mir laufchen. Hop up! Debsel! Die Szene war actually richtig gut gemacht. Also, war wirklich mal eine gute Cutscene im Spiel. Estrid did not lie. You have fire. And who are you, Estrid? Only a friend. I am Eivor, of the Raven clan. Norse, by the music of your speech. Then, you must forgive me. Those Saxons knew about my Cam. Ich bin seit irgendein Anspruch, dass ich immer viel Zeit nehme und wenn ich Isan mitnehme... Guck mal, jetzt ist das Fenster wieder zu. Oh, sad. Hallo, darkness, my old friend. Ich meine, eines. Reiten Sie, ob sie das Pferd reiten. Reiten Sie. Aber andererseits muss ich im Jahr nicht mehr zu hinterher reiten. Muss ja nur rausreiten. Boah, wieso reite ich denn jetzt hier durch die Stadt? Oh mein Gott. Naja, okay, dann reiten wir halt durch die Stadt. Wird schon schief gehen. Ich habe gerade mal probiert und habe nicht mehr den ersten Rahmen geschafft. Wow. Ich sehe, was alles gefogesst hat. Okay, das ist dann natürlich dumm. Also... Ich weiß nicht, wo ich hier rauskomme. Ich habe das Gefühl... Ja, kann schon spaßig enden. Also keine Ahnung. Man muss sich ja vorher ein bisschen Gedanken darüber machen, dass wir vielleicht einfach das gleiche Ziel dann irgendwie fokussen. Aber es ist anscheinend einfacher gesagt als getan. Ja, wir haben es geschafft. Ohne die Wachen jetzt abzureiten. Abzureiten. Wegzureiten. Ihr wisst was. Was ist denn? Es geht auf. Ihr seid eh langsam mit euren riesen Rüstungen und allem. Und ich reiche gerade. Nach 23% Akku. Jetzt geht duschen, Wolli. Isar ist einfach nur so... Wolltest du? Brodell. Was ist da los? Hätte ich gerne mehr davon. Ehrlich gesagt, von diesen Zehen. Die war einfach gut übersetzt. Also die hat einfach Spaß gemacht. Was ist hier passiert? Oh nein. Mhm. Wenn ich entscheiden muss, wer schuldig ist und wer nicht. Es kann nur schief gehen. Es wird auch nur schief gehen. Ich weiß auch nicht. Wer ist der große Boy hier? Okay, hi. Wer bist du? Gerhild ist es. Gerhild. Rolos Swannsword-Sister. I served him proud and true. You cannot think I betrayed him. You were not here when the Saxons attacked. I was hunting. There's fine game in the trees outside the camp and our people need meat. What was your prey? Rabbids for stew. Rolos favorite. Who are you to Rolo? I am shield sworn. So long as England and that frankish witch do not sway him from the true path. Our people deserve better. What is this with his neck? That's all for now. It's unheimlich. It's unheimlich. It's unheimlich. I don't see anything at all. Gerhild. Talking with the Saxons. Couldn't hear them but wasn't nothing good. Sure of that much. Why should I believe you? You could be lying to save your own skin. Ask her. Says she's loyal to Rolo, but I've known her since she was a babe. Full of spite and ambition. Always was. of course. I'll know. The poor man can breathe. The poor woman can breathe. She's like, she's like. He's a god. Honestly, we're五 cooled. We must remind her of the two of the two. But I'm sure she was a man named Rosa. I'm gonna like my man named Rosa on the ground. We need to escape. I'm afraid of the two of the two of the different seals. I'm sorry to take some time. The dead. I need to escape. Also ich finde sie auf jeden Fall momentan mehr als das Geschiss als ähm, also ich finde sie absolut dazwischen ist ihnen halt irgendwie gar nicht so. Ha, sie haben ganz schön viel Fleisch und beide sagen sie waren rabbit hunting. Okay. Okay. Haben wir noch irgendwas, womit wir interagieren können, um irgendeinen Evidence zu finden im Camp? Sieht nicht so aus, oder? Es müsste wenn, dann hier irgendwo gewesen sein. Naja, dann schauen wir nochmal. Aber warum versteckt sie das denn die ganze Zeit, dass du mit jemandem geredet hast? Hallig in Jürgen! Nein, diese Stelle! Oh nein, was? Jürgen? 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 Ich habe eine Rack, voll von Gain, nebenbei. Enough zu feed den Campen für Tage. Ich habe dich gesagt. Ich war es hunting. Stich zu dieser Geschichte und ich erzähle Rollo, um deine Hände zu nehmen. Ich war in der Wald, nicht ich? Ich habe Saxon trampen durch die Trenge, so ich bin. Ich bin nicht so dumm genug, um ihn zu sehen. Ja, 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 ich würde es auch definitiv selber herausfinden, wer es war. Aber ich finde sie halt immer noch super suspicious. Ich meine, er sagt, er hat sie mit jemandem gesehen. Sie sagt jetzt auch nach dem dritten Mal so, yo, ich habe mich mit jemandem getroffen. Und er hat gesagt, er hat gepennt. Aber er ist auch irgendwie dem Vater ein Blatt aufschuldig. Ich spreche mal mit ihm. Hallo! Sie hat immer ambition. Aber sie hat mich mit meinem Leidenschaft. Sie hat auf die Shield. Lork sah sie mit der Saxon. Sie hat sie gesagt, er war ihre Lover. Sie hat mich beraten, viele Mal für meine Besten zu nehmen. Ich habe nicht gedacht, er ist sie ein Hypokriteter. Lork sagte er war, aber ihr rags sind voll von rutschern. Warum würde er lief, wenn er etwas zu hide? Er hat sich von ihm zu halten. Und mit deinem Tod wäre er frei. Er ist alt und frau geworden. Aber er hat meinen Vater gut gescheitert. Ich hätte ihn ohne Blutschäden freien. Dieser Mann wusste, dass die Saxons kamen und kamen. Er war entweder ein Leak mit ihnen oder ein Coward. Es ist ein schade Fall für ein großer Krieger, der nicht mehr in seinem Prime. Sabrina! Für den Follow bekommen wir unsere Buddies. Na, wie war deine Sea of Thieves Nacht noch gestern? Schön, dass du da bist. Hey! Hab ich? Oh nein, hab ich nicht! Nein, hab ich nicht! Ich hab da einfach drauf gedrückt. Oh Gott! I need more time! Ich geb das mal zurück! Gott, wie sehen eigentlich meine Haare gerade aus? Ein Augenblick! So geht das noch! So! Ich weiß es nicht! Das war krass, wie viele Leute da gewesen! Jo! Er hat das aber auch als wir kamen auch so richtig krass Stress gerade, ne? Was ist mit ihrem Kopf falsch? Das macht mir Angst! Ja! 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 So das ist für mich! Oh! Wir haben uns alle Sachen geschehen! Aber wie sau! Ich hab mir den ganzen Tag gedacht, das wäre bei uns immer nach Löchern geguckt. Oh echt? Oh mein Gott. Wie witzig, weil du den Stream noch aufhattest. Ja, aber es ist sehr irritierend dann. Ich weiß es nicht. Aber im Nachhinein klar. Ey, keine Ahnung. Im Nachhinein ist es immer klar. Momentan war ich super. Das ist Safe-See. Jetzt denke ich mir gerade so, boah, das könnte aber auch er sein, nicht länger, ich glaube. Ich habe keine Ahnung. Ohne Scheiß. Das ist für mich gerade überhaupt nicht obvi. Ich meine, sie könnte halt auch wirklich nur mit dem Sexen gepennt haben und er hat keinen Bock mehr, einfach den aufzuverfüllen, möchte einfach seine Ruhe haben. Aber gleichzeitig sagt er, ich habe dem Vater da Ehre gebracht und ich will auch mit Honor sterben und sowas. Und sie, keine Ahnung, ich blicke nicht. Aber geiler Stream, danke noch. Super gerne, super gerne. Wir hatten auch gestern eine richtig gute Zeit, was hier fließt, einfach. Der Glock hat nicht dabei geholfen. Wie betrunken warst du gestern, Wolli? Ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht. Hier. Okay, warte. Ich werde jetzt eh das Falsche sagen. Ja, ich... Ich glaube, es stickt dann mit was. Ich glaube immer noch. Ich sage jetzt einfach das, was mein Bauchgefühl mir sagt und es ist immer noch für mich Gerhild. Aber man muss erst mal wieder los. Man muss hier auf Champions schauen. Viel Spaß dabei! Man sieht sich hoffentlich auf jeden Fall. Es wäre immer cool. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Danke nochmal für dein Follow. Waren mit zwei, wickte ordentlich. Und mit meinem Chaos-Kopf war das eine dickere Sache. Komm. Sonst war ich nicht viel getrunken. Okay. Wir nehmen jetzt Scarehild. Bunk. Bunk. Ich hoffe, du bist gut. Du hast sie in meinem Haus-Kopf warst. Es kann kein Feast in Valhalla für ein Break-Faith sein. Du bist immer ein Jealous-Krow. Beepricking over every decision I made. Nichts mehr kann hier sein, aber deine Warriors werden noch immer wieder sein. Und ich werde deine Hilfe brauchen, nachdem sie frei sind. Ich werde deine Hilfe brauchen, nachdem sie frei sind. Ich werde deine Hilfe brauchen, nachdem sie frei sind. So, wir sehen uns. Hat der Arme nichts zum Anziehen? Der erkältet sich noch bei dem Regen. Ach, der kann gerne... Also von mir aus kann der gerne... Kann der gerne so weiterlaufen. Das ist kein Ding. Äh, das ist ja. Ja, bei mir auch so ungefähr. War das Plötze? Hat der gerade Plötze mitgenommen? Der hat Plötze gerade mitgenommen. Das war mein Pferd. Jetzt kann das nämlich erst wieder spawnen, weil das aus dem Bild erstmal reiten müsste. Das ist ja noch nie passiert, dass ein NPC mal ein Pferd mir klaut. Holy shit. Joink. Ja, wirklich. Wette mein. Wie, da ist ein Wolf nicht. Äh, nee. Was für ein Wolf? Als Reittier oder als... Ich hab keinen Wolf. Warum sollte ich einen Wolf haben? Ja. Wie? Wie das? Wie geht das? Nein. Es war nicht irgendwas damit auffüllen. Doch, du hast den Wolf. Ich hab den Wolf. Im Shop doch, oder? Pasta ist da. Gönn dir. Das ist selber nicht. Final Rescue to Dane. Hallo. Achso, wartet. Wir müssen hier nochmal. Gut, dass wir heute schon hier waren. I ring the bell. Das möchten wir sehen, wie du die bell ringst. Na, funktioniert nicht, ne? Als wüsste ich, was sie hat. Ich hab einen witzigen Skill. Der Raid ist übrigens vorbei. Wie schockiert sie gucken sie sich. Oh mein Gott. Ich liebe das einfach. Wir müssen mehr Ability Damage rein skillen. Das war irgendeine Side-Pass. Aber der Wolf ist doch einfach nur bei mir am Ruppenimmeln. Ab mit seinem Kopf. Ach, ich werde das durchgeschnitten. Und danach für mich so, ach so wie das. Weil ich hab das ja auch nur aus dem Zufall herausgefunden, ne? Wieso brenne ich schon wieder? Der lässt sich aber auch einfach nicht stören. So, nein. Armbrust. Ich zieh die auf. Daneben. Daneben auch von mir. So krieg ich sie nicht ins Fahnenkreuz. Was ist das? Hallo. Ich geh mir leider nicht hoch. Also jetzt. Der Wolf ist komisch. Was? 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 Man läuft hier hoch, nur um ihn sofort wieder runter zu werfen. Er ist dann jetzt hier gestorben. Okay. Okay. Never doubt me, Ravenfeeder. These Saxon kingslaves did. You showed great loyalty to your kinfolk. Stay true to that, and your name and deeds shall spread far. Good advice. Such is my fiercest desire. If it's renown you want, then aid me now. I have a task that will set your name ringing through the long halls. Oh. Tell me. I need someone with a swift wave steed in good repair to bring the Lady Estrid across the sea to Frankia. Another kidnap scheme. Estrid is unshakable. All right, then. Let we two triumph where one failed. I need you stout-hearted in this, whatever your passions for Estrid. We had our time together. Now that's done. I will not fail you here, nor her. We will meet with your men inside Colchester, on the night of the Llamas Festival. Let's go. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Manet. Mon dieu! Das! Ha! So! Another try. Yes, these past weeks have been stirring, breathtaking. Your passion and strength. Eivor. I've never met such a burning soule. Mhm. Wally, für Bang, kann man auch mal relohnen. So sad, wie wenig man nur davon sieht, wenn das um real life ging. Um real life hatte ich das fragen können und hatte trotzdem Bang bekommen. Das, was ich gerade gefragt habe. So. Wally, ihr könntester сказать ne? Wird ein taler, wie wir Tonight verschieden. Wir waren für Esterette und ihre Regen. Wir können alle glücklich. Wir glücklich? Bist du darauf gewрастig? Haben Sie mich in Ihrer gladange? Und ich ben mit sehr Dank? Hat Sie proof. Veranlagst du auch mit, wenn ich alles ein Gehirn прил guer. Nicht richtig hil 박ata, ganz gut machen. Du bist ja auch Isa. Ist doch ein Schiff voller Dicks. Ich habe jetzt mal einen Moment gebraucht, überhaupt zu checken, was du anspielst, Wolli. Bam! Yet, I'm still wondering how the heck kommt man hier dran. Weil ist das irgendwie ein Schatz, den man später erst bekommt, der war auch irgendwie gut. Der lässt mich aber auch nicht in Ruhe, dieser Schatz einfach. Ich will das verstehen. Ich will das verstehen, wenn ich da reinkomme. Wenn er jetzt ir- Nicht euer Ernst, oder? Ich habe mir jetzt gerade nur aufgefallen, dass es so ein bisschen leuchtet, so als wäre es ölig. Das ist nicht euer Ernst. Jungs, geht aus dem Weg. Oh mein Gott. Jungs! Lass mich hier raus! So dumm. Ja! 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 Einfach nur, ja. Warte. Aber da haben wir auch schon alles Feuer gesetzt. Ich weiß immer noch nicht, wie ich bei dem Urlock-Stand reinkomme. Hätte ich da auch die Tür abwerfen sollen? Sollten wir da vielleicht auch nochmal gucken? Das war wirklich dumm jetzt, oder? Aber vor allem, das war jetzt auch einfach so, als ob das funktioniert. Also ich habe da jetzt selber nicht dran geglaubt, dass das funktioniert, ne? Ich habe nur halt gesehen, dass es halt unten so ein bisschen geschimmert hat, als wenn da so Öl oder so ist. Und ich dachte so, ey komm, wirf einfach was vor. Ey, und dann ist halt da wirklich so ein Fass dahinter. Das ist dumm. Das ist einfach dumm. Dann müsstest du ja theoretisch einfach so ein Ölfass vor so eine Tür stellen können und das auch anzünden können wahrscheinlich und hoffen, dass der Bumm einfach genug ist, um die Verriegelung hinter der Tür zu öffnen, oder? Ich habe schon mal gesagt, dass ich den Teleport hier echt nicht mag, weil du jedes Mal vor diesen drei Wachen da stehst. Mach grad übrigens nichts, ne? Es ist Ava, dieses Steuert. Total witzig. Oh nein, jetzt macht mein Pferd das Pferd nach von gerade. Und wenn du das mal rauskommst, sagst du sehr, was du? Oh nein. Ich weiß – Wer sind alle. Well, wenn du das schlauert. Bitte nur zum трpaierk plant. Dieser neben dem Läuen wird geholt. Oh nein, das ist wichtig. Das macht den Läuen für dich? Oh nein, das macht das nichts. Oh nein! Oh nein! Was ist das so? Nicht was passiert Nee, ich bin eigentlich nur ein bisschen zu tun Wo ist denn die Wärme? Was? Ist ja irgendwo so ein Sprengfass wäre Es würde mich jetzt einmal interessieren, ob das geht Wenn ja ein Sprengfass wäre Warte, warte. Warte, warte. Warte, ja, see you. Ja, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ne, irgendwie nicht so, ne? Hm. Kann gar nicht so schwer sein, hier reinzukommen, das Rekordhaus, aber... Irgendwie ist es doch schwer. Ja. Ist auch nichts, was ich eigentlich gut machen könnte? Da verstehe ich mich. Okay. Die Becher levitieren da ein bisschen vor sich hin. Auch gut. Hm. Hm. Geben auch ein Schraub mal rumlaufen. Vielleicht ist es hier ja was zum Sprengen. Oder in dem Gebäude. Ich gebe jetzt nicht auf. Ich gebe jetzt nicht auf. Die Double Ascination zu skillen, hat sich dann schon ausgefeuert dafür. Ist auch nur noch. Wieso gibt es denn hier nirgendwo... Kann doch nicht so schwer sein, diesen verdammten Schatz daraus. Ich suche halt gerade eigentlich nur so eine Sprengbase, ja? Damit ich einfach das blown kann. Weil ich einfach mal wissen möchte, ob man die Türen so aufkriegen würde. Aber natürlich, wenn man so ein Ding wirklich mal braucht für seine eigenen privaten Zwecke und nicht weil das Spiel das so sich vorstellt, dass das so stattfinden soll, dann findet man die Türen natürlich nicht. Und man weiß, von wo ich die von A nach B tragen muss. Hi. Ich gucke mal ganz kurz vor euch hier im Haus mich um, ob ihr sowas eventuell hier stehen habt. Nein. Schade. Ich gehe kurz pennen. Magen zu voll. Später oder morgen? Wahrscheinlich bis morgen. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Jan. Schön, dass du da warst auf jeden Fall. Wobei, wahrscheinlich ist irgendwo hier auch was zu finden, oder? Das müsste irgendwas sein. Die sind auch Wachen und sowas. Wachen und so sind auch solche Dinge, die sind eigentlich so. Gib mir das. Spiel. Wenn nie das passiert. Es hat hier nie einen Massaker gestern stattgefunden. Da rennen gerade Wachen so auf mich zu. No! Ich drehe mich da mal um. Oh, die Statue ist sogar weg. Hier ist aber auch nirgends wo so ein Pass, wenn ich das brauche, ne? Das ist unglaublich. Und nicht auf eine gute Art und Weise unglaublich. Das ist einfach nur traurig. Wäre ich in dem Gebäude. Schade. Ja, dann bewegen wir uns da außer schon aus. Ja, dann bewegen wir uns da außer schon aus. Wenn wir das jetzt noch natürlich relativ in der Nähe finden, dann ist das gut. Wenn nicht. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Ja. Ich habe es rufen, wenn dann... Hi Jungs. Hey. Hey. Wopf. Hm, ne, ne, schenalde ich. Schade Marmelade. So, dann würde ich sagen, machen wir noch die Quest jetzt hier zu Ende, also sprechen ich noch mit Rissan hier einmal und dann freue ich mich das auch für heute. Reicht es, dann spiele ich noch ein bisschen Steel Feast für mich und dann ist es auch gut, ne? Birsten, Estrid said you'd be here. Eivor, dear heart, you who drew back the bow of Eros and reunited me with my one true love. Have your things asked why you do not look for Estrid? Pish, they have asked? Yes, I said it was hopeless. Then I lay upon my couch sobbing and wailing. A pretty show. That may not be enough. Tut tut, the wind is soft upon our faces and I am far from the whispering doors of Colchester. Come, let's hunt. Jetzt will er mit mir hunten. Jetzt will er mit mir hunten. You can see every day that shit is, I think it's kind of a like, Generally-T You can see the light? I have here. It's like the light. We're here, there is the light. Remember. The light, the light.